Versprochen. Wir liefern uns einen sauberen Kampf, okay? Und möge der Bessere gewinnen. Dieser verlogene, rückratlose, tintenspritzende, langnassige Heuchler. Jetzt guckt dir dieses fette falsche Grinsen an. Dem kann man nicht mal trauen, wenn man Augen auf dem Rücken hat. Sobald er aufhört, meine Hand zu schütteln... Renne ich los und hänge ihn ab. Ähm...